Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Shadow of Chernobyl Ähm, ja Eigentlich Eigentlich müsste auf Oder Detektor rauskommen, aber das tut er nicht Whatever Ähm Wir befinden uns immer noch in der größten Kampfphase, sag ich mal, momentan Wir sind nämlich hier immer noch reichlich am Kämpfen Das Spiel ist recht groß, deswegen stelle ich gerade fest, es wird noch dauern, ehe wir hier mal ganz durch sind Ich denke, das Spiel wird um einiges länger sein als das Original Gut, es wird tags, so kann ich besser Leute erschießen Hört sich das seltsam an, wenn man es so sagt Naja Ich denke, ich werde erst einmal hier vorne die Barrikaden angreifen, dass wir die Wege der Banditen, also die Nachschubwege der Banditen Gänzlich abschneiden können So, dass ich sie dann alle in Ruhe innerhalb der großen Lagerhalle, das wird der größte Kampf Erledigen kann In der Zwischenzeit sammle ich ja Waffen und Munition, sag ich mal Moment, wo stehe ich hier? Oh, da, okay Ähm Kundschaften wir das Ganze ein wenig aus Oh, wir haben fünf sichtbare Feinde Hä? Hä? Oh, gut, ich dachte jetzt, der wirft die Kurz mal ranzoomen, so gut es geht Ähm Joa Da ist auch noch einer, der nicht markiert ist Der hat eine Schrotwaffe Welche der hat, kann ich schlecht sagen Bei ihm kann ich das auch nicht genau erkennen Und bei dem auch nicht Da drüben steht auch noch einer Wie schon mal erwähnt, das Ganze wäre natürlich viel einfacher, hätte ich einen Sniper Gut, es müssten also dementsprechend zwei Teams sein, die da sind Zwei Teams Banditen Und die dürfte ich eigentlich auch besiegen Oh Mann Es ist gar nicht so leicht, die Banditen hier vollkommen vom Platz zu verdrängen Ich sollte aber besser erst nochmal meine taktischen Gegebenheiten überprüfen Also da ist definitiv einer Da drüben steht auch noch irgendwo einer Die anderen vier sind da zu sehen Und ich muss noch mindestens davon ausgehen, dass Zwei oder drei Da rumlaufen, die Versteckt sind Ich hoffe noch, meine Waffe bleibt nicht klemmen Gut, starten wir den Angriff damit Und Hossa Und Ups Au Lauft ruhig hier Wie sie kleinen Ratten da Zack 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 Und Zack Da gibt's Granaten für alle von euch Ich sollte mich als Erstes auf die Fernkämpfer konzentrieren Okay Okay, wir sind ziemlich stark unter Beschuss Stärker als ich ehrlich gesagt mit gerechnet hätte Okay Okay, einer ist auf jeden Fall am Boden Wir haben nur noch einen Medikit Das Ganze ist ein bisschen Vorratetechnisch ist es scheiße Au Mein Gott, warum haben die so gutes Aiming Klar Und jetzt lässt meine Waffe mich hängen Das musste ja kommen Wie game over What the fuck Okay 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 Zwei Squads sind anscheinend ein bisschen viel Wenn man nicht irgendwie direkt irgendeinen Todesschlag versetzen kann Zumindest musste ich das leider gerade feststellen Gut, jetzt haben wir es wieder dunkel Ich kann es nicht mehr sehen Wobei, es wäre schön, wenn ich was sehen könnte Damit ich sagen kann, dass ich nichts sehen kann Okay Es muss dieses Mal perfekt vorbereitet sein Wir müssen auf jeden Fall den Weg nach Welcher Weg ist das überhaupt? Ich wollte gerade sagen, zum Forschungsinstitut müsste das sein, oder? Nach Yanta Was haben wir hier? Oh, ah Das wird schon von unserem Verbündeten besetzt Was für den Wächtern Tanten Wächter Ja gut, so lange die Wächter keine Faxe machen Werde ich die nicht umbringen Wobei es ja mittlerweile bei dem Schwierigkeitsgrad eher so aussieht Als wenn die mich umbringen Alle So, mal sehen Er sitzt da alleine Da müsste ich eine Granate reinkriegen Also so, dass die beiden am besten direkt umfallen Na gut, ich kann jetzt aber noch nicht die ganze Zeit warten, bis es hell wird Schub da Bub Firing my laser Ich flasster die Säcke jetzt einfach mit scheiß Granaten zu In der Hoffnung, sie damit zu töten Zack Oh, die hat gesessen Die hat gesessen Noch eine Ist zwar ziemlich dumm, sag ich mal, 10 Granaten und einsam Au Außenposten zu verschwenden, aber Was muss, das muss Eine haben wir noch Okay, mal kurz scannen Vier leben noch Das war keine sehr gute Bilanz Ey, ich bin hier schon verdammt in Deckung Und die treffen immer noch perfekt Waffe klemmt Natürlich tut's jetzt Okay Ich wollte gerade sagen, so erreiche ich scheinbar nicht sehr viel Waffe klemmt Hör auf zu klemmen, du verdammtes Gewehr Warum die bloß ein tierisch gutes Aiming haben, würde ich gern wissen Gut, hier bin ich kurz in Deckung Na komm Ich will sagen, verdammt, jetzt verreckt doch Zwei Stück Leben noch Los 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 Au Ha Zack du Sack Jesus Looting time Hoffentlich habt ihr wenigstens gescheite Sachen dabei Obwohl sieht gerade nicht danach aus Granaten sammle ich natürlich ein Hat der da jetzt zwei Raufen dabei oder was? Oder ist einer beim Sturz nur in der Lage gewesen das Ding weg zu pfeffern? Flieg mein kleines Gewehr flieg Du bist die einzigste Rettung die unser ganzes Team hat Ähm Super Ich warte jetzt noch nicht mal einen Posten den man einnehmen kann Und ihn habe ich erwischt oder? Aber scheinbar schon vor einer Weile 600 Rubel soll die wert sein Perfekt Zeit totgeschlagen Unnötig Natürlich Wäre ja auch zu schön gewesen Heißt aber hier ist schon mal die Banditeneinheit erledigt Das heißt aber hier unten ist auch eine Die mischen wir am besten auch direkt auf Wie viele Granaten habe ich? Eine gerade wurfbereit Scannen Drei Leute Da fliegt das Teil hin Hopp Hopp Na wo stecken sie Jetzt kann ich natürlich nur hoffen die Von ihrer Basis aus Keine Verstärkung bekommen Okay Kein Gegenfeuer Vorrücken Einer erledigt Ihr Säcke Wie viele sind da? Okay Das Miserable ist einfach nur Das Au Shit 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 Ich würde sagen Das Problem ist die verschwinden Aber auch so Plötzlich Okay Der ist dort Okay 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 Wow Wie weit du weggeflogen bist Medi-Kid Wir müssten aber dann aber auch eigentlich noch mehr liegen oder nicht Also ich trau dem ganzen Braten nicht Leute Wir müssten eigentlich mehrere Leichen liegen Gut mal hier reingucken Wie sieht es denn hier oben aus? Da ist definitiv einer Da patrouilliert einer und da oben haben sie einen Scharfschützen Ich glaube aber nicht, dass die nur drei Leute als Angriffstrupps haben, sage ich mal Oder als Verteidigungstrupps eher gesagt Na gut, soll mir auch egal sein, wenn die das natürlich so machen, dann ist das deren Ding Und nicht meins Ich würde gerade sagen Gebt mir einfach alle eure Scheißsachen und ich verkaufe es Okay Leute, an der Stelle werde ich diesen Part erstmal beenden Ich danke vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat Und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet Ansonsten sehen wir uns im nächsten Part Von Stalker Clear Sky Bis dann